Das tun wir dann auch direkt. Eine feindliche Übernahme kommt sofort. Promethea, meridianischer Stadtrand. Gehen wir mal da hin. Da, blonde Kopsel, bitte schön. Ich muss mal ganz kurz wieder mal, wie immer, meine Haare sortieren. Und ich stelle gerade fest, dass ich Katja noch gar nicht gestartet habe. Ah, unvorbereitet. Sehr, sehr unvorbereitet. Wo muss ich denn hin? Äh, da. Das kann ich noch nicht machen. Also, da oder da. Ja, ansonsten haben wir hier, glaube ich, auch... Sehe ich das nicht irgendwo? 68% abgeschlossen. Also, ich bin auf Doppellauf, ne? Lass mich mal eben gucken. Okay, ist nur eine. Habe ich jetzt getroffen, oder nicht? Nee. Die braucht halt ewig zum Nachladen, ne? Das ist nicht so gut. Die Sachen sammle ich mal nur wegen der Kohle ein. Woa! Okay. Böser Ratsch. Böser, böser Ratsch. Jetzt kommen die auch noch von da oben. Ich kriege zu viel. Ich kriege zu viel. Ich kriege zu viel. Hier ist nix. Es ist sehr ruhig, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir das Gebiet hier ja schon gemacht haben. Hier haben wir ja unsere gute Lorelei getroffen. Gute Lorelei. Was ist da oben, was ich übersehen habe? Achso. Dann. Hier haben wir hier aber, glaube ich, auch nichts mehr, ne? Nee, ich wollte nicht umstellen. Ich brauche jetzt keinen Doppellauf. Erledigt. Ah, jetzt können wir uns wenigstens erstmal einen fahrbaren Untersatz besorgen. Und? Du wirst kein Geld mehr für ein Respawns ausgeben? Ich hab die Lösung. Äh, das Wichtigste, verkaufen. Weil ich habe ja keine neuen... ...item Plätze bekommen. War mir zu teuer. Wo muss ich lang? Ja, da komme ich nicht hin. Jo, G-Man! Ich muss einmal wirklich komplett außenrum. Ich muss einmal komplett außenrum. Warte, 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 warte. Ich glaube, das war der Typ, der vorhin abgeschossen worden ist mit seinem Klo. Oh. Hoppala. Was konnte das denn passieren? Nee, ich will nur das Auto. Ich will nur eben kurz das Auto. Stopp! Danke. Habe ich gerade mein eigenes Auto kaputt geschossen? Ich glaube ja, ne? Das war dummes Nachladen. Scheiß drauf! Ich habe gerade mein eigenes Auto zerstört. Warum? Keine Ahnung. Einfach, weil ich es kann. Aber wir haben neue Typen. Mein Hutt ist auch kaputt, ne? Warum ist mein Hutt kaputt? Feindliche Übernahme. Bin ich jetzt gerade so falsch? Dann machen wir doch mal. Der arme Typ im Klo. Er kann ihm echt leid tun. Wo bin ich denn hier jetzt? Da. Also eigentlich links und dann rechts. Links? Wenn ich denn mal treffen würde. Ihr blöden... Rätschiff! So, einfach überfahren. Das geht immer. Geradeaus? Geradeaus? Das Einkaufszentrum? Okay. Jo, den... Ich hab was! Das war keine Sniper, aber funktioniert auch sehr gut. Das wäre halt schön, wenn ich wirklich nur Sniper gerade ausgerüstet hätte, aber habe ich nicht. Aha! Bin gefeuert. Warum lade ich nach, wenn ich nur einen Schuss abgefeuert habe? Ich verstehe es nicht. Das wäre gut. Ja, hallo. Ja, hallo. Ah, lauf doch! Ja, dann wollen wir mal. Wo bist du? Da. Sehr gut. Dann können wir jetzt hier auch in Ruhe looten. Hier ist sonst aber nichts, ne? Nee, sieht nicht so aus. Da kommen wir noch nicht ran. Das geht erst später. Boah, ich muss mir das dringend abgewöhnen, jedes Mal nachzuladen, wenn ich nur einen Schuss oder so abgefeuert habe. Da ist ja ein gutes Ziel. Aber es ist von einem undurchdringlichen Sicherheitskraftfeld umgeben. Wenn du das irgendwie knacken kannst, finden wir da drin 1A Feuerkraft. Das ist ja schön. Das kann man auch noch nicht machen. Das ist alles Iridium. Aber an das Iridium komme ich noch nicht ran. Und Monster, hi. Ähm, dein YouTube-Videoreihenfolge eines Games ist falsch. Ja, das kann gut sein. Äh, ich hatte einen Spielvorschlag für dich. Horizon Zero Dawn. Habe ich schon zweimal durch. Wird mit Sicherheit nochmal gespielt. Äh, also ich habe es schon zweimal gespielt. Ich, es gehört mit zu meinen Lieblingsspielen. Je nachdem, äh, wann der zweite Teil rauskommt, würde ich den ersten wahrscheinlich davor nochmal spielen. Aber ja, ich bin ein riesiger Fan von dem Spielen. Ja, war es. Oh Gott, der lädt halt so ultra langsam. Das ist nicht gut. Uff, ich habe es nur einmal angefangen und habe drei Wachen, äh, Wachen, genau. Äh, drei Waffen, aber eine Kombo der Zerstörung mal rausgeholt. Also ich liebe dieses Spiel. Es ist ultra cool. Ich war auch mal am überlegen, ob das vielleicht so ein Spiel ist, was man mal auf 100% spielen kann. Es ist damals aber nicht vorgeschlagen worden. Uh. Wir hatten ja mal so eine Umfrage gemacht. Äh, beziehungsweise hatte ich einfach mal in einem Stream gefragt, okay, Boys and Girls, was möchtet ihr gerne, äh, auf 100% sehen? Und, äh, Horizon kam dabei nicht. Das ist, was ich persönlich ein bisschen schade fand. Hi, willkommen bei Keine Brühe für die Gottlosen. Ich bin Loreley. Was darf ich dir heute bringen? Oh, ähm, du bringst mich in Verlegenheit. Äh, so viele verschiedene Röstungen. Was ist deine Lieblingssorte? Oh, du musst unbedingt den aktorianischen Superschwarz probieren. Das ist das Beste auf der ganzen weiten Welt. Dann nehme ich einen davon. Acht, äh, Würfel Zucker, bitte. Äh, Loreley, ich muss dich was fragen. Du bist immer so fröhlich. Wie hältst du das den ganzen Tag durch? Oh, da spricht nur das Koffein aus mir. Ohne bin ich der reinste Albtraum. Wir wurden mal morgens überfallen, bevor ich meine erste Tasche hatte. Ich hab den Typen mit einem Espressolöffel erstochen. Hier, dein Kaffee. Ach. Das ist ja schrecklich. Danke, äh, für den hier. Ich genieße mein Getränk mit meiner Gesichtsöffnung. Äh, dann weiß ich ja, wen ich rufe, wenn ich mal ein paar Kehlen gelöffelt brauche. Ich muss los. Lass dich nicht rösten. Was zur Hölle ist das? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals dieses Gespräch gefunden habe. Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern. Oder es war beim allerallerersten Durchgang. Der ist jetzt ja auch schon ein bisschen hier. Aber, äh, Monster, wenn du das jetzt... Hast du das jetzt erst angefangen? Oder hast du das angefangen und abgebrochen? Also jetzt Horizon. Weil du gesagt hast, nee, ist nicht so meins. Wenn ja, würde mich mal interessieren, was der Grund ist. Ich glaube, ich bin... Ja, da ist noch was. Äh, ich, ich, ich sehe das Spiel immer so ein bisschen mit so einer rosaroten Brille, weil ich das einfach so schön finde. Und so gut. Und gerade für die PS4. Also meiner Meinung nach eins der besten Spiele für die PS4. Ich hatte nämlich keinen Heiltrank mehr oder Heilungskräuter und da kam ein Angreifer, also Nahkampf, ein HP und ich schlage ihn mit dem Speer und er holt aus und ich rolle nach hinten und gebe ihm in den Bogen einen Headshot. Hm. Hört sich gekonnt an. Oder nach Glück, je nachdem. Such es dir aus. Hey, Zero. Warum ruckelt das jetzt so? Tide. Es ist so dumm, ne? Zero teilt ironischerweise sehr viel. Wer hat's verstanden? Hi. Angefangen bei meinem Onkel, äh, bekomme aber noch eine PS4 und Bilder drauf. Horizons-Hotten, macht aber Bock. Sehr gut. Ich bin mal ein Crimson Raider, genau wie du. Ich hatte mich schon gefragt, wo er abgeblieben ist. Er war schon immer etwas kryptisch, aber tödlich. Hm. Bevor ich die Kammer... War schon von den anderen abgehängt. Ja, Horizon. Es ist... Es ist ein wundervolles Spiel. Das war... Also Horizon war damals auch der Grund, warum ich mir eine PS4 gekauft habe. Eine sehr lustige Geschichte. Ich und meine PS4. Das, ähm, ja. Hm. Das, ähm, ja. 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 Vielen Dank.